Peter, er schießt alle einfach von hinten in den Rücken, schreibt mir ja gerade einer. Ja, wow. Das wäre dann natürlich danach, äh, laufen wir wieder dann nur die ganze Zeit durch die Gegend. Ey, was ist das denn hier? Vorsicht, betten? What the fuck ist das für ein Schild? Hä? Achtung, betten. Da ist ein Spieler, rechts von uns Spieler. Da läuft er. Läuft jetzt auf der Hauptstraße einmal quer drüber ins rote Haus. Wollen wir ihn mal anquaschen? Ja, ich sehe ihn auch. Zombie rages aber wieder in die andere Richtung. Da ist einer auf der Straße, da ist einer auf der Straße. Das ist der Typ. Wir sind nämlich nicht auf der Straße. Erklär dir aber wenigstens, was passiert, Daniel. Dass er nicht nervös wird. Okay, okay. Lass dich handcuffen, oder wir töten dich. Oder wir töten dich. Wir wollen dich wirklich nur überfallen. Wollen dich wirklich nur überfallen. Das Ganze kann sehr schnell zu Ende sein für dich. Ich kann nämlich handcuffen. Ich kann, ich kann auch nicht, ich kann beispielsweise auch nichts sagen, falls Leute das sagen. Die schreiben einfach nur Drück ab. Nein. Das ist halt so krass, Leute, ey. Okay, wir müssen ganz ruhig stehen bleiben, mein Freund. Du möchtest doch leben, oder? Weck dir. Kooperier, oder wir müssen schießen. Peter, der kapiert es nicht. Gib ihm mal einen Schuss mit dem Oberschenkel. Oh Gott. Kann er einer verbinden? Oder ist er tot? Er ist tot. Sonst fühle ich danach aus. Ich hab nicht ganz den Oberschenkel getroffen, du verweist. Oh, Peter, wo hast du ihn geschossen? Ehrlich, wo hast du ihn geschossen? Sauberer Kopfschuss. Ich hab schon abgedrückt, bevor Daniel zu Ende geredet hat, mit Oberschenkel. Meine Güte. What the fuck? Peter, du hast ihm voll ins Gesicht geschossen. Ja, Mann. Das mag sein. Da kann ich leider nichts gegen sagen. Ich dachte, wir wollen eben mal so ein Zeichen setzen, weißt du? So in der Art, wenn man macht keinen Spaß. Peter schießt ihm ins Gesicht. Ich meine, danach wusste er natürlich, dass es kein Spaß ist. Aber heilige Scheiße, Peter, das war ein bisschen radikal. Wir haben einfach ein anderes Zeichen gesetzt. Wir wollten eigentlich mit ihm ein bisschen Roleplay betreiben. Aber Peter war halt wieder der schnellste Finger am besten hier. Ja, tut mir leid. Ja, das stimmt allerdings.